Am Samstagnachmittag kam es auf der Muldenstraße in Zwickau zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Pkw Volvo befuhr die B93 statt einwärts. Beim Überholvorgang übersah er einen Pkw Golf. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der 54-jährige Fahrer und die 40-jährige Beifahrerin des VW Golf erlitten dabei schwere Verletzungen. Sie wurden mit dem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.